Hier kommt noch ein rausgegiftes Tierschmeichel hinzufüren. Ja meine Herren, haben Sie noch andere Überraschungen? AHHHHHHHHHHHHH! AHHHHHHHHHHHHHHHHH! AHHHHHHHHHHHH! Der Päck hat immer wieder! Lebt nur unter dem Bett und schaut aus dem Mund zu! Und ein Aufzug wie in einem billigen Ehrbrotigfilm. Was ist denn das für eine, Fritz? Du hast die Erfahrung, da merkst du nicht. Ich mag nicht, dass ich Dr. Honecker Oberrichter bin. Oh! Grüezi, freut mich sehr. Ihr bringt halt Beziehungsrichter Willi. Am Beziehungsrichter sind die eigene Frau. Ach, so leicht wie... Na ja, können wir das. So, wie es aussieht, braucht es mich da nicht mehr. Ganz schönere Kochin, da habe ich genug zu sehen. Aber ich habe genau gesehen, dass sie zwei Säcke von diesem Zeugs an ihrem Köpfer liehen. Und jetzt tut sie so schön heilig. Das ist richtig. Wo ist mein Köpfer? Da. Danke. Da ist Ruhlstift drin. Ich komme ja nachher auf das Gerichtsmedizinische Institut. Das ist ein Korpus. Richtig. Auf gut Deutsch schiessen Sie was, Frau Doktor? Was ist so ein Tag? Schreit der Herrschnurren. Das glaubt mir! Legt alle färre fährt! Und gut Deutsch! Auf Arsch! Für mich! Ich esse nach vorne! Geldoel!